Die Platanen am Eisernen Steg und Christiane am Eisernen Steg. Ja? Wer hat ein Tuch um? Ja, das ist ein Männchen. Ja. Ich hab's gesagt, sie haben zu viel Geld. Genau. Spannende in Grabeia zu denen sie braucht. Sechs. Hoi! Mann, wunderbare. Du hast ihn dort. Die Kirche ist in der Kirche, die wir in der Kirche haben. Hier einstabend. Ich glaube, hier ist nichts. Was gibt es hier? Witzkerrein. Da wird was geliefert. Wir braten. Gibt es dir aus der Hand gerannt, ja? Wie früher, das war die Schönenbrüder. Schönenröd ist der St. Wolfgang. Wir kennen es nur die Schönenbrüder Ente. Päitungszüger ein paar Maler Freude. Schönenröd nach Karol und Schönenbrüder. Das war die Schönenbrüder. Die Schönenbrüder war hier in der Metz. Das war die Schönenbrüder. Danke, danke, danke. An der Paulskirche das Denkmal. Mai-Zeil, auf der Zeil in Frankfurt. An der Paulskirche das Denkmal. 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 Oh, warte mal. An der Paulskirche das Denkmal. An der Paulskirche das Denkmal. Am Römer. An der Paulskirche. An der Paulskirche das Denkmal. 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 Vielen Dank.